Seelenarbeit, sage ich immer, so schön ist es für mich. Ich bin sicher nicht diplomatisch, das war ich nie. Ich habe eigentlich quasi schon orangefarbenes Bema-Blut. It's about feeling. It's hard to say, but it's about feeling. Yes it is. It's una relación que va de persona a persona, de corazón a corazón. Es ist einfach geil. Ein gemeinsames Projekt immer größer und größer zu machen, ist ja was Wunderschönes. Ja, für mich ist Bema wie eine zweite Familie geworden. Egal ob Business, ob der Menschenkontakt, ob Gesundheit, ob Freude im Zusammensein, Bema vereint so viele tolle Dinge. War eine der besten Entscheidungen in unserem Leben, ne? Absolut. Erstmal den Bema kennenzulernen und dann die Firma und alles, was dazugehört. Es steckt in der Therapie, was revolutionäres drin. It's not easy to do this in the beginning, because you do mistakes, you don't have the skills. Ich bin ganz froh, dass wir da einfach nicht aufgehört haben und dass uns der Mut nicht verlassen hat. Es gibt nur einen Fehler, den man machen kann bei dem Geschäft. Ich beginne nie oder ich höre einfach zu früh auf. Everyone can do this. Everyone can do this. You can be shy or you can be energetic. I think we are there to help you and motivate you. Be coachable, listen to the people you work with and they are helping you to get success. Selbstbewusstsein ist das Schlüsselwort für das, dass man es machen kann. Und Selbstbewusstsein kann jeder aufbauen. Die Unterstützung ist schon wirklich großartig, die wir tagtäglich an die Hand bekommen. Diese Ausbildungen, diese Fortbildungen, diese Team-Dinge, die vom Thema angeboten werden, in der Qualität, das begeistert mich einfach. It is really good. I've never seen better coaching in network marketing. Ich habe mein ganzes Backoffice, ich habe meine Präsentation, ich habe mein Werbematerial. Also auch genau das, was mir als Unternehmer zum Teil auch wahnsinnig viel Zeit und Geld kostet. Ich denke, you have to take action if you want something in your life. Verliert euer Kind-Dasein nicht. Rennt los und erzählt einfach über eure Erlebtisse, eure Geschichte. Sei du selbst, sei authentisch. Nicht zu schnell aufgeben, dranbleiben. Yeah! Ich glaube, Bemer ist ein Geschäft, wo man von einem Inhalt zu kümmern kann, um eine finanzielle Freude zu haben, während du andere Menschen helfen kannst. Arbeite einfach mit Menschen, mit denen ihr wirklich gerne zusammenarbeiten wollt. What are you doing? We are going to build an Imperium in the Beemer Family. Boah, Bemer ist so revolutionär. Bemer ist so gut. Mach weiter, bleib dran. Es ist einfach zu gut, um mich weiterzumachen.